Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin sicher, dass du dich mit Jericho gut verstehen wirst. Und? Nimmt sie alles so hin? Weiß sie Bescheid? Ich denke, wir sollten darüber reden. Sie ist weg. Du kannst das woanders hin tun. Ich fühle mich wohl so, Mr. Turner. Wir haben Jericho verloren, als er 13 Wochen alt war. Dorothy hat sehr gelitten. Das Einzige, was sie zurückholen konnte. Ich sollte jetzt mit Jericho spazieren gehen. Ihr engagiert eine Nanny? Für eine Puppe? Wo hast du sie gefunden? Sie ist umwerfend mit Jericho. Und wenn mein Baby ihr vertraut, tu ich es auch. Was haben dir die Männer erzählt, was passiert ist? Was, wenn sie aufwacht? Was, wenn sie sich wieder erinnert? Wissen sie eigentlich, wen sie bei sich aufgenommen haben? Was, wenn sie sich über Blau? Was, wenn sie sich weiter eurosna instability in? Was, wenn sie mit ihm anziehen?